Cesare Felice Giorgio dell'Aqua war ein italienischer Maler. Leben Cesare dell'Aqua wurde am 22. Juli 1821 im damals zu Österreich-Ungarn gehörenden Piran geboren. Sein Vater Andrea Lengo war ein Richter aus dem benachbarten Kupa, seine Mutter Katerina stammte aus Triest. Nach dem Tod seines Vaters 1826 zog dell'Aqua mit seiner Familie nach Kupa, wo er die Schule besuchte. 1833 setzte er seine Ausbildung in der benachbarten Hafenstadt Triest fort. Hier begann er später in einem Handelsbetrieb als einfacher Gehilfe seinen Unterhalt zu verdienen. Durch seine Tätigkeit erhielt er Zugang zu einflussreichen Kreisen, unter anderem zu dem venezianischen Bildhauer Pietro Zandomenegi, dem Vater von Federico Zandomenegi und dem Triestiner Historiker Pietro Candler. Ein Stipendium der Stadt Triest ermöglichte dem Jungen dell'Aqua von 1842 bis 1847 Kunst an der Akademie für schöne Künste in Venedig zu studieren. Während seines Studiums erhielt er seine ersten Aufträge von Erzherzog Johann von Österreich. 1844 fungierte dell'Aqua als Berichterstatter der Schifffahrtsgesellschaft österreichischer Leut und dokumentierte den Besuch von Kaiser Franz Josef I. in Triest in 16 Lithographien. Nach Abschluss seines Studiums verbrachte dell'Aqua einige Zeit in Wien, München, Paris, Florenz und Rom. Wo er mit bekannten Künstlern wie Friedrich Oferbeck verkehrte, ließ sich dell'Aqua schließlich bei seinem Bruder Eugenio in Brüssel nieder. Hier nahm er Kunstunterricht bei dem belgischen Maler Louis Galleit und wurde Mitglied des belgischen Künstler- und Literatenkreises Cercle. Artiste Gelliter, 1856 heiratete dell'Aqua die Belgierin Carolina van der Elst, die ihm zwei Töchter schenkte, Eva und Aline. 1857 gelang dell'Aqua schließlich der Durchbruch. Auf der Ausstellung Expositione Generale delle Belleati in Brüssel wurde sein Gemälde Gelli Isolimil Arnesia Coltia Brescia do Pola Destruction. De la Lorozita in EL 1162 gab hatte die Federico Barbarossa ausgezeichnet. Trotz seines großen Erfolges in Belgien fühlte sich der L'Aqua mit der Stadt Triest, die ihm seinen akademischen Werdegang ermöglicht hatte, verbunden und zu Dank verpflichtet. Seine Verbundenheit zeigte sich in zahlreichen Werken, die er zwischen 1852 und 1877 für zahlreiche Triestiner Institutionen und Privatleute anfertigte. Neben dem Gotteshaus der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Triest stattete dell'Aqua die Wohnstätten von reichen Bürgern wie Pasquale Revoltella und Leopoldo Vianello sowie Schloss Miramare. Den Wohnsitz von Erzherzog Ferdinand Maximilian von Österreich aus. Die Motive seiner Werke stellten wichtige Ereignisse der Triestiner Geschichte dar wie beispielsweise der Beginn der Schirmherrschaft Österreichs über Triest oder die Erhebung der Stadt zum Freihafen. Seit den 1870er Jahren begab sich der L'Aqua zunehmend auf internationales Terrain. Er nahm an der Weltausstellung 1873 in Wien und 1874 an einer Kunstausstellung in London teil. Es folgten internationale Auftritte in Philadelphia, im australischen Adelaide und in Melbourne sowie auf der Weltausstellung in Chicago. Der L'Aqua starb am 16. Februar 1905 in seinem Haus in Brüssel im Alter von 83 Jahren. Werke San Giovanni C. Predica N.E.L. Desetto, griechisch-orthodoxe Kirche San Nicolo da Igrezi Triest. Christo e I. Paguli, griechisch-orthodoxe Kirche San Nicolo da Igrezi Triest. La Dedizione di Trieste Allostria N.E.L. 1382 Beginn der Schutzherrschaft Österreichs über Trieste Eid von Hugo VIII. Abgesandter des österreichischen Herzogs Leopold III. auf das Triestiner Gesetzbuch Öl auf Leinwand, Museum Revoltella, Triest. La Proclamatione dei Porto Franco in E.L. 1719 Rekonstruktion der Erhebung Triests zum Freihafen unter Karl VI. Öl auf Leinwand, Museum Revoltella, Triest. Leopoldo I. Imperatore des Burgo Visita il Convento Francesca Nodi Grignano, Besuch von Kaiser Leopold I. 1660 in Grignano, Öl auf Leinwand, Schloss Miramare, Triest. L. Imperatrice a Grignano, Darstellung Kaiser Augustus, Ehefrau Livia in Grignano, Öl auf Leinwand, Schloss Miramare, Triest. Larivo di Elisabetta d'Austria a Miramare, Besuch von Kaiserin Elisabeth von Österreich 1861 auf Schloss Miramare, Öl auf Leinwand, Schloss Miramare, Triest. Patenza per il Messico, Abreise von Ferdinand Maximilian von Österreich nach Mexiko, Öl auf Leinwand, Schloss Miramare, Triest. Contadini Slavidae Dintorni, die Trieste, Öl auf Leinwand, Privatsammlung. Massimiliano Riccivilla, Deputatione Messicana, anlässlich der Krönung von Ferdinand Maximilian zum Kaiser von Mexiko, Öl auf Leinwand. Schloss Miramare, Triest. Lapoteosi di Massimiliano, Öl auf Leinwand, Schloss Miramare, Triest. Geeli Argonauti sulla costiera atriatica, Ankunft der Argonauten an der Atria bei Triest, Öl auf Leinwand, Schloss Miramare, Triest. Dalila, Öl auf Leinwand, königliche Museen der Schönkünste, Brüssel. Kolomb, Öl auf Leinwand. Giochi con la Coda, Spiel mit einer Schnur, Öl auf Leinwand. Prosperita Comercial, die Trieste, Allegorie auf den wirtschaftliche Aufschwung der Stadt Triest, Öl auf Leinwand, Palazzo Municipiale, Triest. Elbnis e Dalmata in Riva Carciotia, Trieste, Aquarell, Privatsammlung, Brüssel. Contadina Dintorni, die Trieste e Donner Dalmata, Aquarell, königliche Museen der Schönkünste, Brüssel.